es ist mir egal, wenn es jetzt das ausdruckreichste LP ist. Das Spiel ist ja schon eine Beleidigung. Oh Gott, ey. Jetzt flieg in dieses Scheiß-Portal einfach mal rein, du Stück Scheiße, was ich da steuere. Kann man so dämlich sein, ey. Chill, ey. Oh Gott, ey. Geh einfach zu meinem Richmond-Center, dann... Na, ist egal. Ich guck mal, ich hab bestimmt noch welche zu, die jetzt unter 18 sind, nicht mehr selber unter 18. Ist egal. Nein, ich hätt's geschafft. Ich hätt's geschafft! Mann, du bist so dämlich, Spiel, geh scheiß, nein, oh Mann, ey. Mann, du bist so dämlich. Nuss! 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 Ich bleib jetzt einfach ganz ruhig. Ich schaff das jetzt in der Aufnahmezeit. Mann, du bist so ein Stück Scheiße-Spiel. Oh Gott, wie kann man so schlecht sein? Geh doch einfach. Kann man so blöd sein? Ein Stück Scheiße, Chal, du, ey. Ja, Kubus, freu dich da oben ein Stück Scheiße da. Komm mal einfach runter, dumme Magneten, ey. Ne, ich bleib bis hier stehen, die gehen ja irgendwann kaputt. Das macht Spaß. Wieso ist denn da kein Portal? Mann, jetzt geht's auf einmal, oder was? Das dumm, ich hasse ihn. Dann leck die Scheiße noch so, ich leck mich. Mann. Das schlimmste Let's Play ever, ey. Das liegt am Spiel. Oh, leck nicht, leck einfach nicht. Nein! Mann, nein! Wieso kann ich dort ein Portal schießen? Ja, an die kleinsten Ecken ein Portal schießen. Nein, wenn ich runterfalle und so eine 10.000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung steht. Nein, das geht nicht. Wir haben hier Scheiße aktiviert, die dich dazu bringt, keine Porto zu verschießen. Mann! Wieso geht das nicht? Ich kann hier in dieser kleinen Lücke im Portal verschießen, aber nicht hier. Na doch, jetzt auf einmal. Mann! Alter! Geh scheiß, du Drecksspiel. Oh, ey. In dem Spiel hier brauche ich wahrscheinlich noch hier... Oh, Gott. Das weiß ich, was ich da brauche. Fällt jetzt nicht ein. Geh da einfach. Wie kann man... Oh, wie kann man nur so Schleiße programmieren? Oh, Gott. Ach so, hier in der Ecke geht's, ja, wa? Oh, Gott. Ist das ein Mörder-Drecksspiel, ey. Wirklich. Jetzt funktioniere. Du Stück Scheiße. Du Stück Scheiße. Ist mir jetzt egal, ich... Oh, Gott. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich's geschafft habe. In 10 Stunden. Ciao. Ich hab's geschafft. Ich war oben. Ich bin oben. Ich bin oben. Ich bin oben. Ach, wenn mir jetzt der Kugel runterfällt und schreit. Tut er aber nicht. Uah. Uah. Ja. Geh da rein. Das war eigentlich auch das, was ich meinte da, was schwer ist. Oh, ich hab gerade umgekippt, Mann. Oh, das ist geil. Hab's geschafft, Leute, Mann. Geiles Spiel. Spaß, Mann. Äh. Ja. Sieh, 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 testfünf. What is los? Okay, das sieht mir irgendwie so mal aus, dass der Kugus den Kugus schmelzen kann. Kann er. Okay, 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 das sieht mir sehr geil aus. Ähm, well. Okay, ah, ja, 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 schon klar, schon klar, schon klar. Äh. Ah. Ah, es ist offen. Juhu, es ist offen. Ich gehe mal davon aus, dass, genau, dass man es noch wegmachen kann. Äh, ja, so. So, da ist jetzt hier wie eine Gasscheibe vor. Äh, sonst noch was? Hä? Moment. Wie war das doch gleich? Äh, was? Achso, ja, ja, das ist scheiße. Ja, ja, sicher, das war so, ja, klar, leidwort, ja, ja, sicher. Ja, doch. Ähm, dupdi-dupdi-dup, dupdi-dup. Runter, 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 geht er rauf. Ich gehe da hoch, bin da, haut. Scheiße. Ach, Mann. Och, Mann. Ich gehe da hoch, ich gehe da hoch. So, du-du-du. Uua. Jetzt geht's los. Dieser Test ist okay. Wo bin ich? Ah, ja. Äh, lalalala. Was soll ich hier machen? Achso, hi. Äh, ja, ich verstehe. Ähm. Moment, ich bin von... Das ist jetzt quite difficult. Wo... Oh, obwohl, nee, doch nicht. Ähm. So. Ja, genau, ich muss da oben hin. Was soll ich eigentlich finden? Bitte, das war nicht schwer, das war nicht schwer, ich hab's ja geschafft. Glaub ich. Ach, ja. Nein, doch, ja. Ach, das war ja wieder so eine Drecksgeschichte. Ja, Gott. Nein, ich mach's eigentlich ein bisschen gleich so. Und dann... Was mach' ich denn? Mann. Ich spring rein. Geh da hin. Komm raus. Geh da hin. Geh da hin. Geh da hin. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Where should I go now? Ich habe so eine kleine Ahnung. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Ich probiere es einfach mal. Geht rein. Geht rein. Los. Los! Hey, der war cool. Ja. Das hilft uns allerdings trotzdem nicht weiter. So. Los! What the fuck? Wieso? Oh, Mann. Moment, wieso gehe ich eigentlich nicht? Los! Das war fast, das war fast fail. Ne, das war fast richtig. Oh, Gott. So. 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 Ich sag das so. Oh Gott. Was ist denn das jetzt hier? Wie hab ich denn die Scheiße gemacht? Das war doch nicht so schwer. Ich erinnere mich doch noch. Ja, ich bin so blöd. Ich seh nicht nur so aus. Okay. Well, now it's time to... Activate it. Yes, and to activate it, it is a bit difficult. So. Because of... Was deutsches Letzperl, oder? Ey, komm, das war doch aber hier fast perfekt. Perfekt, ich bin nur ein Idiot. Ähm. Ja. Ähm. Nooos! Vielleicht ja so. ich gehe jetzt einfach mal ein da muss ich noch Poppel ganz oben so noch mal gucken ob das geht das geht ich fange schon wieder an zu Berlin an hier nicht ähm um aber das ist ja hier nicht glaube ich doch das Schlimm ist es Heike Herkos ich bin ich richtig es ist das komische Spiel später ist es wird immer chilliger also was es ist es ist es so die Tests sind durchschaubarer jetzt hier so ist schon so eine Art ja Glücks Dings da äh und jetzt hier dann später irgendwie das wird immer so man weiß was man machen muss so geht es nicht so geht es nicht meinten was jetzt leichtes zum auf der Höhe so ein bisschen so rekt man nicht naja Ist ja vielleicht auch ein Hinweis natürlich nicht ja, wir machen mal hier durch hier wird so nicht nein nein